Vorzeitiges Dschungel aus? Das wäre wohl eine ziemliche Katastrophe für Honey. Der Ex-Freund von GNTM-Gewinnerin Kim ist nämlich krank. Eine Bronchitis plagt den armen Strahlemann. Diagnostiziert hatte diese Dr. Bob bereits vorgestern. Allerdings wurde dann nicht weiter auf das Thema eingegangen. Stattdessen leidet der arme Honey still vor sich hin. Er hustet wie verrückt und sah in der gestrigen Folge gar nicht gut aus. So eine Bronchitis sollte man definitiv nicht unterschätzen. Auch die Tatsache, dass Honey den ganzen Tag in nassen Klamotten im feuchtwarmen Dschungelklima verbringt, trägt sicherlich nicht zu seiner schnellen Genesung bei. Wenn Honey die Bronchitis verschleppt, sieht es schlecht aus für ihn. Dann wird er das Dschungelcamp vorzeitig verlassen müssen.